Hier spricht wieder Oster in dieser Zeit zurück zu einer weiteren Folge The Evil Within und wir haben uns diesem leckeren langen Gang genähert und wir sind noch leicht am humpeln. Ich muss erstmal nochmal hier mit dem ganzen Spiel klarkommen, so ein bisschen. Leertaste war das glaube ich zum aufmachen der Türen. Und wir sind immer noch irgendwie gerade in dem Heizungskeller des Krankenhauses angekommen. Vorher waren wir in der Kanalisation, erinnert euch alle an die nette Blutrutsche, die uns da widerfahren ist. Oh ja, schön, ja, das ist gut, dass du vorbeikommst. Scheiße. Steuerung zum Verstecken, Steuerung, okay. Jetzt fühle ich mich leicht wie bei Outlast. Ich frage mich, wie der hinter mir hergekommen ist. Okay. Ich glaube der junge Mann braucht eine Aggressionstherapie. Was ist los, mein Großer? Wen suchst du? Ist der einzelne Spielzeug abhandenge... Alter, abhandengekommen? Der scheint etwas sauer zu sein. Der scheint sehr näher zu kommen. Okay. Das ist vorbei. Okay, ich höre ihn noch. Ich denke mal, ich gehe in Schleichmodus, was natürlich mit der Beinverletzung auch nur so halbwegs funktioniert. Ja, man muss ja ganz genau aufpassen, wie ich hier stehe. Nope! Oh, will er mich verarschen oder was? Hau ab! Oh, ich blute leicht. Ist das mein Bein? Anscheinend. Können Sie bitte weggehen? Entschuldigen Sie, Sir. Ich sehe nichts. Er darf mich nicht sehen. Natürlich darf er dich nicht sehen. Das ist es. Zum Glück kann man hier leicht durch die Fenster schauen. Kommt er wieder rein, oder was? Jetzt, jetzt, jetzt metert er da rum. Okay. Okay. Ich verstehe gar nichts hier. Scheiße. Na, scheiße! Lauf! Alles klar. Okay. Okay. Ich sehe schon. Du bist schlecht drauf. Die Schleuchsteuerung kann im Optionsmenü eingestellt werden. Schön. Interessant. Alles klar. Ich habe, denke ich mal, da in dieser Szene auf ganzer Linie versagt. Und er kann auch, wenn er nicht direkt mich anschaut... Ach! Jetzt zögert man natürlich. Macht er wieder da seine Ampelein. Okay. Ich weiß nicht, ob ich laufen kann. Ich weiß nicht, wie gut er mich hören kann, von daher. Er darf mich nicht sehen. Ist mir schon klar. Aber ich denke mal, die ganze Blutlache, die hier rumliegt... So, ich denke mal, ich... Ich gehe einfach. Da waren aber gerade Boxen. Ich denke, hier komme ich nicht lang. Auf jeden Fall nicht durch eigene Intention. Okay, der ist da. Gut, dass ich überhaupt nichts sehe. Ich weiß, dass er irgendwo auf der rechten Seite sein muss. Dass ich hier mit meiner Stirn ein bisschen die Wand begutachte. Okay, jetzt geht er da lang. Und zerrallert da die Boxen. Alles klar. So. Okay, jetzt geht er da wieder aus. Raster, schön. Die Frage ist aber... Okay, du gehst da lang. Okay, als ob ich mich in den Boxen verstecken würde. Wie bist du denn drauf? Niemals. Oh. 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 Leertaste nehmen. Nehme ich das mal. Oh, der ist aber nah, mein Freund. Wie kann ich den denn werfen? Oh. Rechte Maustaste. Okay. Okay. Da drüben. Hup. Jetzt komm hier lang. Und das war letztes Mal das hier. Perfekt. Okay. War doch lieber ein bisschen bewegen. Besser mal laufen. Ich weiß ja nicht wie fix der ist. Und wie sehr er mich, äh... Oder wie weit er mich verfolgen mag. For fucking real. Wirklich. Scheiße. Rennen. Rennen, Junge. Ohohohohoho. Leertaste vielleicht? Ich spamm einfach alle Tasten. Scheiß drauf. Lauf, 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 lauf. Ah. Guck mal, der Fahrschlug geht schon auf von alleine. Gib alles. Gib alles. Gib alles. Gib alles. Gib alles. Oh. Okay. Ihr habt auf jeden Fall komische Leute, die hier im Krankenhaus arbeiten. Um das einmal festzuhalten. Was denn los mit euch? Sag mal. Hätt schlimmer sein können. Wie? Okay. Kippen hab ich auch keine mehr. So ein Scheiß. Na. Das fängt ja gut an. Ich hätte trotzdem irgendwie mein Bein abgebunden. Ich hab schon so nette Hosenträger. Ich hätte... Ja. Schöne. Ich hab ihn mir vor. Jäger. Und ich hab ihn mir vor. Ich habe mich vor. turns itself around and around, the night joked tight in the nose. Okay, geiles Lied auf jeden Fall. Bing! Endlich wieder. Zivilisation. Wenigstens wieder tote cops, die noch nicht aufgeschlitzt worden sind. Ich kann nicht rennen. Schleichen. Holy shit! Okay, das Gebäude will nicht mehr so richtig. Ach jetzt, jetzt kann ich rennen. Jetzt ist wieder auf Zeit. Keine Beinverletzung mehr. Äußerst seltsam. Ich sollte, denke ich mal, mich vom Acker machen. Sicher! Detektiv! Rein hier! Rein hier! Ja, ja, sag mir das nicht zweimal. Guck, gib Gas! Ich weiß eh noch nicht genau, was hier passiert. Ich wollte nicht, dass meine Beinverletzung weg ist. Okay. Da ist wieder unser Freund. Hey! Wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich Leslie. Beruhig dich Leslie. Beruhig dich Leslie. Beruhig dich Leslie. Beruhig dich Leslie. Bis zum Glück, kann der so gut auch fahren. Oh, was? Cutscenes bei Michael Bay. Alter, was ist denn hier los? Scheiße. Wie genau ist jetzt alles zur Scheiße geworden? In fünf Minuten? Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten. Die sind wohl alle tot. Alles okay, da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Fallen! Fallen! Gut, 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 gut. Fallen! 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 okay mittel 1 überlebt spiel speichern sehr gerne nur entsprechend was anlegen bitte alles klar der weiß auf jeden fall was abgeht der junge mann heißt wohl vielleicht soll ich den mal für mich lotto spielen lassen schlecht aber irgendwie nicht ganz so schlüssig was hier passiert ich bin in einer art fragenden schockstarre manchmal ist wegrennen die beste strategie wenn ich kein kaputtes bein hätte wäre ich dem sowas von weggerannt im dicken mal schauen wie es weitergeht maus bewegen kamera drehen hallo nicht schon wieder krankenhaus meine freunde kann ich bitte jetzt gut ich alles in ordnung ich sehe nur leicht rot und schämhaft aber ich denke nicht dass vergitterte rohre unbedingt ich bin privat patient ich gehöre bestimmt in das abteil hallo entschuldigen sie ich sag das nur ungern aber ich glaube wir haben uns hier im wir sind falsch hier eventuell hallo entschuldigen sie bitte die können doch nicht einfach einfach weggehen hallo das muss ein irrtum sein aber warum bin ich überhaupt angekettet könnte ich bitte ok nett das war ein scheiß traum vor dem wo bin ich jetzt ich höre ein pieper aber ich höre ein piep aber oh 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 shit entschuldigen sie ich glaub da ist noch jemand mit mir in raum hilfe da kann ich bitte nicht scheiße nicht mich okay das war ein scheiß traum vor allem wo bin ich jetzt lernt das zu nehmen leichen gefunden leichen in see gemeinde gefunden todesursache bleibt ungeklärt mehr als ein dutzend verstümmelte leichen wurden im elk river gefunden mehrere ortsansässige personen werden vermisst okay und ich werde wohl durch die kameras beobachtet weil hier kann ich mich irgendwelche brain pills sehr gut hier kann ich die kamera nicht bewegen und ich bin wohl mehr oder weniger oh man ist das trippi silberfisch hier in der toilette jetzt geht es hier los die toilette ist ziemlich sauber aber da blitzert und glitzert irgendwas muss ich muss ich aufs klo oder was lehrt hast du nehmen gut dass ich irgendwelche gläser aus der toilette fische das wollte ich schon immer mal machen ich denke mal wie es hier weitergeht mit the evil bus in sehen wir es in der nächsten folge ich bin irgendwie noch dauer verwirrt von den cutscenes ich weiß noch nicht warum wir jetzt hier gelandet sind und warum und wieso und weswegen überhaupt ich hoffe trotzdem ihr bleibt dabei bei der nächsten folge und wenn es wieder heißt hier spricht ustra also bis dahin